Ja. Das ist alles Fake-Punkte, ja, ne? Ich hoffe es. Ja! Oh, perfekt. Dankeschön, ey. Hauptsache Domi kommt mir einfach mitten auf den Ding entgegen. Jetzt bin ich der Letzter. Dankeschön, Alter. Richtiger Ehrenbuch. Geil. Ding Dong. Seid jetzt willkommen und schön, dass ihr wieder einschaltet. Heute natürlich wie immer eine richtig beschissene Folge GTA und wie immer mit richtig beschissenen Gästen. Heute haben wir dabei Ares und Deko. Hallöchen. Moinsen. Hasta Lama. Beschiss, muchachos. Nüsse polieren. Herzlich willkommen zurück. GTA, er geht wieder los. Sie haben eine geile Formular-Map. Yeah. Formular. Oh yeah. Ich liebe Formular. Liebt ihr auch Formular. Hauptmann die Kommentare, ob ihr Formular... Ich muss eigentlich sagen, Formular wird... Formular gehört... Ich würde überlegen gerade, ob es so irgendwas anderes geht. Aber ich glaube, Formular ist wirklich so das Fahrzeug, wo ich sage, das macht auf jeden Fall immer die größte Garantie für geile Maps. Nein. 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 Ich lasse mich jetzt auf Ares oder so. Hä, warum? Ja, warum? Du hast mich doch gerade weggefliegt. Ja, macht euch weg da hinten. Ja, es wurde gerade Skill-Duell ausgerufen und jetzt wird gemeckert. Irgendwer von euch hat gesagt, hier Skill-Duell. Ich habe keinen Skill-Duell gehört, aber von mir aus, da gewinne ich es sowieso. Das könnte sogar sein, ich bin ultra schlecht im Formular. Okay. Jetzt muss ich erstmal den ersten Punkt hier bekommen. Ja. Ja, das ist ja jetzt nicht ganz so schwierig gewesen. Äh, okay. Ich freu dich! Oh! Oh! Nein! Nein, Marvin, nein. Ich bin immer noch beim Spawn. Nach einer Minute drei immer noch beim Spawn. Easy! Aber der letzte Lachse ist unfair, weil man da schon vorher rüberfahren muss. Das habe ich nicht gesehen mit meinen Y-Augen. Wir freuen uns auf jeden Fall auf eine richtig geile Formular-Map. Und wir freuen uns schon mal extra auf, weil Marvin gerade verkackt. Das hat man gerne. Und ich bin immer noch beim Spawn. Yeah! Hast du, hä? Wie, warum? Vielleicht habe ich das ja sogar noch bei zwei Minuten beim Spawn zu sein. Marvin, warum? Immer beim letzten rüberfahren verkacke ich. Weil der unschmuff gebaut ist, würde Deko sagen. Ja, der unschmuff gebaut, würde Deko sagen. Der first try genommen, ohne Probleme. Er zieht mich erstmal wieder ran dafür. Und schon wieder. Ich sag dir! Nein! Es ist doch so einfach an deine Schnauze, heute nicht auf dir auszureden! Ey, du müsstest doch da einfach... Das ist nicht mal eine angetäuschte Schwierigkeit, ey! Ey, dann komm her! Fahr den Lachs doch mal! Nein, nein! Was ist denn los mit euch, Alter? Ich lasse mich nicht zu bei sowas, wenn fahr den Lachs doch mal, Alter. So, ich mache jetzt auch einmal ganz langsam. Einmal ganz langsam und geskillt. So. So, jetzt haben wir's. Wenn ich könnte, würde ich es sogar machen. Aber das hier ist gar nicht so einfach, Aris, oder? Nee. Ich verkack dir auch die ganze Zeit. Jetzt habe ich schon jetzt zwei, drei Mal geklappt. Aber den zweiten dann nicht. So, nach zwei Minuten habe ich jetzt auch den ersten Punkt. Ah! Ah! Endlich! Nein, Aris hat's! Was denn, hallo? Wollen Sie mir bitte sagen, was? Du siehst gleich. Der nächste Punkt ist nochmal einfach bei dir und danach der Punkt wird schwieriger. Aber ich denke, ich bin noch hier, wenn du kommst. Einfach gegenfahren? Nein. Achso! 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 Das war ja schon hart random bei mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Nein! Okay, das gibt erstmal wieder hier irgendeine Bestrafung für Deko. Nein. Ich habe extra... Ach stimmt! Wäscheklammer, ne? Ich habe das vor extra ausgewiesen durch den Tiefen am Ende. Was? Nicht so? Hashtag Wäscheklammer? Ja. Eigentlich schon. Nein. Ja, doch. Irgendwie war da was. Die Stelle kommt mir recht bekannt vor, die wurde auf jeden Fall schon mal wegge... wegkopiert von irgendeiner anderen Map. Weil das hatten wir auf jeden Fall schon mal. Ja. Kann ich mich nicht daran erinnern. Aber das ist bei Deko nicht... Unnormal. Ja, gut. Also... Muss ich zugeben, dass ich mich daran nicht erinnere, muss ich nicht bedeuten, aber... Kann ich mich nicht daran erinnern. Ach, aber... Okay. Fick meine scheiß Pickeier! Das kann man nicht... Ich habe schon zum vierten Mal jetzt so knapp dran vorbeigefallen. Also beim zweiten schon. Der erste ist relativ einfach, das schafft man häufiger. Aber der zweite... Da lande ich immer hin. Nein! Immer! Immer! Mit Ü! Damit es mehr Gewicht hat. Ha! Nooo! Ha! 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 Warte, ne? Eigentlich geht es wirklich, ja. Oh! Jetzt habe ich dich! Was machst du jetzt, Marvin? Was machst du jetzt? Ey! Jaaa! Tschüss! Nein, Digga, ich hole dich sofort, ey! Ich hole dich sofort! Ja, 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 ja! Warte, jetzt schaffe ich es! Jetzt schaffe ich es! Jetzt schaffe ich es! 3, 2, 1! Der Korre! Ja! Ja, Digga! Ich habe dich! Du musst... Ja, los! Ich habe dich, du dieser Ficker, Alter! Ich kriege dich auch noch! Los! Los! Nein! Jetzt soll ich sie wieder! Jetzt soll ich sie wieder! Jetzt soll ich sie schneller fahren! 3, 2, 1! Ich bin weg! Ich verabschiede mich von dir, Marvin! Ich schaff's jetzt! Nein, bitte nicht! Dann wieder! Da ist keine Bremse drauf! Oh, ja, war das schön zu sehen, ey! Ey, ich bin auf dem grünen Ding gelandet! Ja, 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 ja! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Ich habe den voll, ey! Man! Oh! Schade, Dicke! Oh! Es ist unfassbar, ne? Wie häufig ich hier einfach schon drauf war! Oder fast drauf war! Da hast eigentlich Lust, mal gefallen zu gehen, du meinst! Das kann nicht dein scheiß Ernst sein Alter. Ich bin in den letzten 4 Trys immer mit irgendwelchen Teilen von meinem Auto drauf, aber ich bleibe nicht drauf. Komm bitte nicht, bitte nicht, nein, nein. Jaaa! Nein! Ja Marvin! Marvin fühlt sich an. Schluck, Alter. Schluck meinen Erfolg. Nein! Jaaa! Ich sage Tschüss! No! Oh, Digga, mein Erfolg ist übrigens mein Sackschweiß. Im Schweiß meines Angesichts. Oh, oh. Oh, das tut gut gerade, dass ich es geschafft habe. Und vor allem, dass ich, bis ich es geschafft habe, noch zweimal Marvin unterschweißen konnte, das war auch gut. Das hilft mir gerade auch. Okay, noch ein bisschen weiter raus. Meine psychische Gesundheit zu behalten. Psychische Gesundheit. Nein! Fuck! Nein! Nein! Aber ich habe Spaß jetzt schon, gefällt mir. Obwohl ich richtig hart am Verkacken bin. Ja, was ist da los, Mann? Schon zwei Minuten beim ersten Punkt habe ich ja schon gebraucht. Okay, wir scheitern Ebu Perspektive hier. Oh, Digga, ey. Oh, ist das schön hier, heute. Hauptsache schneller gewesen als Deko. Ist das schön. Am Ende meinst du oder was? Ja, ja. Die Total Time. Die Bilanz zählt. Okay, dann wollen wir hier weiterbreden, ne? Gib mir Speed, Bruder. Gib mir Speed. Nice. 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 So, kommst du jetzt mal langsam vorm Ziel? Mh, übernächster Punkt ist es hier, ja. Wie viel haben wir? Achso, hier musst du wirklich springen. Ey, der hat das total unschmuf hier zusammengekleistert. Doch, hier ist wirklich eine Kante. Deko, komm ran. Kannst du hier confirm die Nummer? Nein. Ja, Deko, Wäscheklammer. Nein. Ja, doch. Ich habe keinen Vertrag unterschrieben. Mündlicher Vertrag gemäß BGB, mein Freund. Wenn ich den mündlichen Vertrag zugestimmt hätte, dann ja. Da muss schon auch eine Zustimmung da sein. Hat die Community für dich entschieden. Ja. Ja. Ja? Nein, nein. Ey, man muss ja richtig langsam sein. Ey. War schön, dich fein zu sehen, Marvin. War schön, dich fein zu sehen. Lega, die Frage ist, wo hast du die ganze Zeit verkackt? Bin ja schon wieder hier. Ich habe einmal den Überkopf scheiß verkackt und einmal gerade den ersten Sprung dann überverkackt. Das ist doch gar nicht möglich. Hallo. Ja, jetzt kommt Daddy. Ich bin mal gespannt, wie ihr das Problem hier legt. Ja, wir rasieren dich jetzt, Aris. Ja, Deko eher als du, ne? Du bist ja irgendwo noch am Anfang da, ne? Ne, Marvin ist hinter mir. Oh. Scheiße. Das ist ja noch bei mir am Anfang, ja? Machen wir noch mal, 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 mal. Oh, Marvin, ich habe es gleich. Nein. Verkackt. Verkackt, oder? Ich habe Eisgeld verkackt, Digga. Ich wette. Ich hoffe, du verkackst auch noch. Bitte, bitte, bitte. Fahr schneller. Los, fahr schneller. Nein. Los. Nein! Ich hatte das letzte Stück. Und da hinten ist aber auch Aris schon, ne? Oh, Digga. Ich wäre jetzt fast bei Aris gewesen, Alter. Ich habe die letzte Kurve-Scheiße genommen und das konnte ich nicht mehr retten. Oh, ist das angenehm, Deko, ist das angenehm. Du fährst wirklich nicht von hinten, ne? Er hat schon wieder verkackt, oder was? Nein! Oh, ich habe es endlich. Ey! Lass dich doch jetzt irgendwie noch Aris bekommen, ey! Hä, mach ich doch. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Ich nutze ihn noch als Rampe. Oh, ja. Nein, nein, nein. Komm, ich bleib noch hier. Ich mispaw noch nicht. Vielleicht wird einer von uns noch schauen. Aber es sieht nicht gut aus. Nein! Vielleicht so. Warte, kann ich mich noch hochhebeln? Los, hebel mich hoch, Bruder! Hebel mich hoch! Der! Sei mein Hebel! Der Hebel! Aber hier geht's nochmal weiter. Oh ja, ich bin nicht nur Marins Löffel, ich bin auch sein Hebel. Okay, Aris, du kannst vorm Ziel warten. Wir schaffen es leider nicht. Vielleicht. Was? Nein! Nein! Oh nein! Komm schon, enttäusch uns nicht! Ja, ich bin neben dem Sprung! Ja, Digga, ich schaffe das. Ich hole für uns den Sieg! Ich hole für uns den Sieg! Ja, Marvin, go! Hä? Aris, kein Stress! Ja... Ja... Nein, jetzt ist sogar die Möbel wieder vor mir! Jetzt bin sie doch eigentlich wieder vor mir! Ja, es ist ja gar nicht schlecht. Oh yeah! Richtig, richtig haten hier! Richtig abrassen! Oh, ja, 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 ja! Oh, wieder verkackt, ey! Scheiße, der letzte Container war nicht gut! Ach komm! Ja! Nein, ich häng hier! Ich häng hier! Nein, Marvin, du musst es schaffen! Oh! Sobald ich kann erst nochmal wegrammen! Nein! Wenn du respawnen musst! Ey! Ey! So! Ey! Ist nicht... Zwei Minuten beim ersten Punkt! 100 Minuten beim zweiten Punkt! Ja! 100! Wie fühlt es sich an, Aris, dass du die ganze Zeit vorne warst und dann beim letzten Punkt von beiden überholt? Ey! Ist nicht geil, ne! Kann ich mir vorstellen! Und ich kann noch nicht mal ein Sieg-Ritual machen! Verdammter Axel! Also heftig rasiert! Anfangen habe ich mich ein bisschen entspannt! Ah, wenn da ein Zock in den Bereich! Ja! Red Plate! Also bei den nächsten GTA-Aufnahmen hole ich meinen Hund Harry, den schmeiß ich auf die Tastatur! Bei den Gegnern wird auch Platz 1! Aha! Wir machen jetzt erstmal weiter! Ich könnte jetzt tatsächlich eiskalt eine Katze auf die Tastatur schmeißen! Ja, perfekt, Digga! Ja! Also demnächst zocken jetzt einfach nur noch mein Hund Harry und deine Katze und unsere gesamten Haustierstutien mit dein Gehirn! Hat noch jemand einen Hamster? Warte, geht's Runde 2! Oh yeah! Weiter geht's! Kalalahari! Let's go! GTA-Amo ist natürlich geklärt! Kalalahari! Am Anfang aussteigen, verprügeln lassen, Auto wechseln, Abfahrt! Klink nach dem Plan! Ich schau euch erstmal zu! Guten Appetit! Oder Gesundheit! Oder was auch immer! Ja! Dann steig ich hier ein! Dann würde ich sagen, alle gegen Deko oder? Ja! Würde ich auch sagen! Alle gegen Deko! Ihr habt eh keine Chance, ey! Pass auf, dass er irgendwelche Annähmungsminereien brettert! Ja! So wie ich ihn kenne! Ja! Guck mal mal! Ertry nach vorne! 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 Eieieiei! Eieiei! 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 Ich will nicht nach vorne fahren! Ich will nicht der Erste sein! Ja! Kann ich euch erraten! Können wir jetzt so langsam auf ihn schießen? Wo ist er denn? Es kommt zu meinem Weg! Hier kommt nicht auf was an, Alter! Hier kommt nicht auf was an! Da ist was! Oh! Eieieiei! Da hinten ist er, oder? Ja! Wow! Hast du ihn? Ne! Warte! Oh! Nein! Wir müssen das irgendwie zusammen hinkriegen! Oh mein Gott! Nein! Ja! Hab ich! Ich hab auf die falsche Karre gekuckt, Alter! Also bis jetzt bin ich hier überall First Try dabei! Ja! Auch noch! Digga! Die Map ist ja mal richtig geil, ey! Also am Ende... Wow! Alter! Am Ende will ich nur noch das schwarze Fahrzeug haben von Aris! Also bitte keine Annäherungsmin! Dankeschön! Boah! Keine Annäherungsmin! Nur ne Haftbamme! Weißt du nicht, weil ich sie zünden soll? Weil ich nicht weiß, wie ihr seid hinter mir! War das gut? Ich... Ich hab was ballern gehört, aber... No! Nichts gesehen! Schade! Eieieiei! War aber schon... Wow! Da hab ich was gesehen! Was? Eine saftige Map! Digga, die Map ist richtig nice, ey! Digga, lass mal kurz stehen hier! Ist das alles zurück? Oh ja! Oh ja! Digga, Aris! Deine... Jetzt... Your time to shine, Bruder! Your time to shine! Hi, Dig! Jo! Lol! Ey! 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 Hauptsache Deko fährt dran vorbei, Alter! Ey! Es kann nicht... Es kann nicht wahr sein, ey! 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 Im schwarzen Fahrzeug das Ding zu wenden! Oh! Lol! Ich wurde... Fuck! Lol! Jetzt schaff ich's nicht mehr! Ja! Ja! Verkack! Nein! 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 Dankeschön, ey! Hauptsache Domi kommt mir einfach mitten auf den Dingern entgegen! Jetzt bin ich der Letzter! Dankeschön, Alter! Richtiger Ehrenmove! Ja, das ist sozusagen die vierte Macht, ne? Man muss halt auch was bei der vierten Macht! Ja! Hauptsache hier, ich hab alles legend, alles cool gemacht! Bei dem Weggefilpt, das bin ich Letzter! Röhlich mit der Herzen wie immer! War richtig schon! Karma, ne? Also... Eigentlich so wie immer, ja? ProBotter darf ich als erstes reinfahren! Jetzt bin ich wieder am Spawn! Ja, die Wupp ist geil, darfst du nochmal fahren! Gämmchen! So, dann würde ich sagen... ProBotter! Wer verdient als erstes rein, oder? Ne, komm, lass uns so prügeln! Schlägerei! Nein! Mal schauen, wie viele Annäherungsminder rumliegen! Ah, Marvin! Es war mir zu... Ah, zu schwierig! Also, ich habe keine mehr gelegt, Deko! Äh, I think I will see... Keine Ahnung, ich muss ja alles von vorne... Zweimal von vorne fahren! Du bist reingefahren, du Chaco! Er ist reingefahren! Das heißt, es gibt nicht auf eine Schlägerei, oder was? Ne! Na doch, ihr! Ja, genau! Ja, natürlich! Na klar! Digga, wenn das Domi mir da entgegenkommt und mich wegfickt, Alter! Sympathisch! Was zum Fick, ey! Das war der Geisterfahrer! Pass auf, das ist irgendwo noch eine Annäherungsminder von mir gewesen! Ich habe eine gefressen! Ah, okay! Eine hat Arme! Boxen, Boxen, Boxen! Ernstchen! Ey! Komm her! Komm her! Das ist die Schlägerei! Ja, komm her! Kein Schlagring, ne? Keine Waffen! Let's go! Leul! Er schubst den! Geht er wieder hoch! Alter! Wieder hoch, wieder hoch! Jetzt kannst du ihn wegnudeln! Ja! Oh mein Gott! Nein! Tidal! Digga, das wird ein Perfekt! Aber es hat nicht einmal getroffen bisher! Oh! Nein! Der Nierenschlag! Der Nierenschlag! Alter! Das war nice! No! Nein! Schade! Kein Perfekt, Alter! Ich habe mich schon vorbereitet auf meinen Tekken 3! Perfekt! Nice! Ausgewichen! Abgezogen! Der Gewinner! Der Gewinner der Herzen! Der Gewinner der Herzen! Ja! Würde ich auch sagen! Ja! Unfassbar! Unfassbar! Ich wurde einfach betrogen! Heute mal eine kurze Runde! Ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen! Daumen nach oben! Zwirbeln! Unser Cutter wird dich bedanken! Schaut bei ARES vorbei! Schaut gerne bei unseren Partnern vorbei! Triebwerk! Aimboost! Bist ihr Bescheid! Instant Gaming! Geilgünstige Games! Und Merchandise hier! Brauu! Oh yeah! Move! Und ja! Macht euch noch einen schönen Teil bis dann rein! Bye Bye!